Der gewöhnliche Natternkopf. Der gewöhnliche Natternkopf ist eine wertvolle Pflanze für Bestäuber wie Bienen und Schmetterlinge. Für sie ist auch der Farbwechsel von rosa zu blau eine relevante Größe. Rosa sind die Blüten des gewöhnlichen Natternkopfes nur, wenn sie noch Pollen spenden. Es sind keine Pollen mehr vorhanden, nur noch Nektar. Dann wird die Blüte blau. Der gewöhnliche Natternkopf blüht normalerweise vom Frühsommer bis zum Spätsommer, in der Regel so zwischen Mai bis Oktober. Die Blüten des Natternkopfes sind leuchtend blau bis violett und in lange zylindrische Blütenstände eingeordnet. Er ist ein Dunkelkeimer. Das heißt, die Samen müssen mit Erde bedeckt sein, so circa 1,5 Zentimeter. Er ist auch ein Kaltkeimer. Das heißt, er braucht unbedingt einen Kältereins, sonst keimt er nicht. Dann aber bei einer Keimtemperatur von mindestens 15 bis maximal 20 Grad über eine Dauer von 20 bis 30 Tagen, dann keimen die Samen. Wenn ihr die Samen kauft, nicht wundern, 1000 Samen wiegen nur 2,9 Gramm. Der gewöhnliche Natternkopf ist eine zweijährige Pflanze. Im ersten Jahr bildet sich nur eine Blattrosette und im zweiten Jahr treibt er dann seinen Blütenstand aus, erreicht eine Wuchshöhe von 25 bis 100 Zentimeter. Er bevorzugt sonnige Standorte und gedeiht wirklich am besten in voller Sonne. Der Boden sollte durchlässig, sandig und nährstoffarm sein. Der Natternkopf toleriert aber auch trockene Bedingungen und ist daher in der Lage, in kargen Böden zu wachsen. Denn das Besondere an dieser schönen Pflanze ist, sie hat eine bis zu zwei Meter tiefe Pfahlwurzel. Gerade weil der gewöhnliche Natternkopf eine heimische Wildpflanze ist, ist er auch aufgrund seiner auffälligen Blütenstände eine beliebte Zierpflanze in Gärten. Aber aufgrund der langen Pfahlwurzel ist er ungeeignet für Töpfe oder Kübel. Als wurffähiger Seedball kann er zudem seine Eigenschaften als blühende Pionierpflanze voll ausspielen. Und die Samen sind vor Fressfeinden super geschützt.